Hallo und da sind wir wieder zu einer Runde LOL Mit dabei sind der Matze und der Nico Hau Hallo Servus Ihr spielt, ah hier Jax und ihr spielt ein Timo Ah süß Und wir haben auch eine Saiba und eine Soraka und die Gegner haben Kartos Silvian, Shekko im Jungle, Chase und Kisjopir Jakob, in Veyden willst? Da sollten wir uns mal bewegen Ne, ne, ich will nicht in Veyden Okay Weil Shako weiß ich immer nie wo er beginnt Ah der beginnt bei Veyden, okay wir in Veyden Wüsste ich doch Äh ne der beginnt bei, bei es, was beginnt der Blue oder Veyden? Hm Na egal Shako hat Mana, ich vermute der wird bei Blue beginnen Aber naja das Problem, ich hab, jetzt hab ich schon falsch geskillt für den Veyden Och, dumm Beistens hätt ich mit Monstern angefangen Die haben irgendwie äh, äh, 3 AP Carries Wir in Veyden? Ja Ja, also Selene ist auch AP, also kannst du eigentlich mit 4 rechnen Ähm, wir holen uns... Was? Was, was, was will unsere Soraka da? Achso Das heißt, weil ihre, ihr... Ah, sie skilt, genau Ja, sie skilt, so ist okay Okay, wir holen uns auch ihre, ihre, ihre Geister Wraith Okay, ich mach dir Schaden Die Vasallen sind erschienen Ich vertraub' mich sowieso nicht auf meinen Support Tue ich generell nie Nur, du spielst selber Support, ja, bestimmt allerdings Ich hau dir erstmal auf den Großen drauf, okay? Ja Ja, ich mach' Ich bin einfach... Der Support kann einfach nicht sein Ich bin Cyber, ich könnte auch auf dem Ding aufhauen und den einmessen Okay Okay Gut Du hast ihm noch Damage auf die? Ich bin Cyber, ich hab' hier nichts Volt Äh, ja, Damage ist ja geil Ja Hat sie sich gekillt? Ohhhh Okay, weg Ich hab' Cassiopia top? Da fuck Ja, das ist irgendwie witzig Okay Ja gut, aber wär... Ja gut, ne Wird die Kratos top sein? Kratos top wär' ja noch weniger witzig, oder? Kratos wird total behindert Ähm Das ist halt was, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hab' Weil... Da muss ich echt sagen Keine Ahnung, wie er immer gegen sowas spielt Okay, ja Ähm Einfach aufpassen Dass es nicht aufhauenkommt Ja, das ist sowieso Das wäre jetzt einfach mal so mein Tipp Naja, aber die pusht mich schön in unseren Tower Das heißt, vor Chaco muss ich dann nicht so viel Angst haben Das heißt, ich könnte eigentlich auch zum Gank herbeikommen gleich Ich hab's aber leider mein... mein... mein Dreckstift nicht... Äh... Scheiße, hey Das Problem ist, die... Den Leiten halt echt effektiv belastet Ich komm nicht zum Blasteten Oh, ich hab Chaco gefunden Und der hat mich gekillt Und der hat mich gekillt Was? Ne, äh... Was haben wir... sollen wir denn bot lane? Bei uns sind doch alles da Nein, das war... das war jetzt nicht ernst gemeint Ich glaub, er hat auch nicht invaded Ich glaub, er war einfach nur als... Nach seinem Blue direkt dahin gerannt Ich hab... Man weiß nicht, aber da hat er nicht Ich war einfach instant tot Das Problem ist, die kann mich halt auch unter dem Tower harassen Das ist ziemlich hässlich Dreckst... Ich hasse sie, die denn so wie die Pest, ey Da fand ich aber noch ein Flash gewastet So ein Scheiß, Dreck, ey Upsiii Nein Hey, er hat meinen Web noch nicht geholt Er hat einfach nur mich kümmern wollen Boah, richtig nice, unser Suraka Oh ja Auf jeden Fall Es war richtig cool Aber der Chaco hatte erst 4 Million Kills Also... Der ist im Jungle nicht sooo gut bisher Oder? Machst du bei dir ist alles easy hier Bei dir ist alles easy Bei mir kommt, dass Chaco gleich vorbeikommt Hat sie nicht ganz unrechts Mit Chaco, der kann ich... Der kann ich auf dem Level schon Tower Oder irgendeinem Umständen Ehm? Er wird nur ihn dranlässt Alter, die harass mich dermaßen Und dann stirbt sie halt schneller Und das war ein Zitat von dir aus einem vorigen Spiel Ja, aber ich hab das vorhin... Ich hab noch nicht so viel Jacks gespielt Und ich hab noch nicht gegen... Wie gesagt, ich hab auch noch nie so das Hop gegen Cassio Pia gespielt Es wirkt niemals auf Es wirkt niemals auf Es wirkt niemals auf Ja, Salva, jetzt hol' ich ihn hier auch, Salva Verdammt, ich hab das falsche gekauft Ey, geil Oh... Oh man, ey Unsere Salva ist richtig, richtig gut War das jetzt Ironie oder ernst gemeint? Das ist richtig Ironie Hier ist, äh... Chaco Gibt's ein bisschen? Die stirbt jetzt Und dann matschen wir etwas Ach, Dreck, ey Äh, was soll ich denn denn kaufen? Du hast 15 Last, jetzt sind das bei 7 Minuten Ach, so'n Dreck, ey Unwassig Ja, ich hab... Ich hab Portionen... Was für was... Für was ping ich sie denn, ne? Sie hat doch gar nicht geflamed Ja, ne, aber ich schreibe auch noch rein Shaco ist da Und sie bleibt erstmal stehen Lowlife Achtung, Shaco kommt vielleicht runter zu euch Bitte ist es... Okay, ein bisschen bescheid Der hat gewordet, soll ich... Wir sollten ihn relativ... Okay Ich bin nicht herzlos Ich liebe das Schlagen Ach, so'n Dreck, ey Ach so, aber ihr könnt trotzdem zu euch rüberkommen, ne? Aufpassen Zeit zu träumen Wißt du, wo Shaco ist im Moment? Nein Er war bei uns im Jungle... im Wet Jungle Okay... Aber ich... Na, das ist halt nix der Teleport Äh, ich komme natürlich top, wenn du ein bisschen Schaden machst Ja, ich kann ein bisschen Schaden machen, klar Hat sie gewordet? Ich glaub sie gewordet, oder? Sie war noch nicht zurück Sie war noch nicht zurück Also eher nicht Okay, dann... Ähm... Dann drauf Es wird niemals auf Es wird niemals auf Na shit, ja, ich hab die rollt, ich hab die prägt Ja, ich hab die rollt, ich hab die prägt Verdammt Mein Blu jetzt holt Es wird niemals auf Oh... Soll ich kommen, oder? Ich weiß es noch nicht Alter, was hol ich mir gegen die? Ich wär fast vom Blu gestorben Soll'n Scheiß Ich bin mal kurz back here Jo... Weil ich brauch dringend Magic Resist Wo ist dieser Dreck Shuttle? Keine Ahnung, aber ich... Bin ein bisschen Gang-anfällig Oh, der ist bei mir, der Shacko Okay, gut zu wissen Hast du was hier denn gesetzt? Ja, hast du Jo... Ähm... Jetzt muss ich hier... Ich muss hier Sprecher, was hier Inge spät ist Äh, Cyber kommt zu euch runter Mit SS... äh, Top SS Ich hab aber gesagt, dass ich backgehe Da kommt mich halt schon nicht davon ab Seien wir ihn meine hässliche Seite Ja, los Geh, geht weg da Hast du grad gepinkt? Ne, ich hab nicht gepinkt So Ich auch nicht Äh, die ganken grad Zu zweit Ist okay Aber die fokusen Irgendwie Schacko ist hier durchgelaufen Nicht so Wo? So runter, okay Schlitter Da, ist er jetzt nicht Da, ist er jetzt nicht Ich bin nicht herzlos Ich liebe das Schlagen Top ist immer noch als erstes Ich pushe mal ein bisschen Ne, hier, Schacko Wo ist Schacko? Komm her, komm her, komm her Ja, ich bin ziemlich low-life Ja, ich bin ziemlich low-life Und ich bin gleich noch viel low-life Ich komm runter Gut Mit dem Chase Mit dem Chase Bloß halt mal ein Lerb auf dem Problem Ihr keißt doch, hier willst du uns in den Jungle rein Vorsicht Ähm, ich geh mal drum rum und komm euch entgegen Okay, ich mach Druck, Top lane Oder wir gehen Na, wir hauen glaub ich Oh, fuck, was war ich denn? Nein, Verlust Ich hab dann drauf raus rum Fuck Scheiße Weil hier Mitte bringe ich nix Ähm, ich, ich geh auch zurück Ja, bitte Das war nicht so gut Oh, Mann, ey Jetzt pushen die zu 5, bitte, super Zu 3, okay, Schacko ist Waterham Mhm Ist Cassiopeia noch Mitte? Äh, keine Ahnung Ich liebe das Schlagen Äh, das ist Unsere, unsere Sokara, Haka stirbt Könnt ihr jemand helfen? Ja, ich bin mir gerade gegenlaufen Na, keiner kommt dem gegen, okay Du bist genauso weit wie ich Okay, jetzt kriegen wir die mal Chase Äh, hier, die in der Mitte meine ich Jo, Achtung, Schacko kommt Von unten Wir müssen schnell sein Schacko kommt, wir müssen vorsichtig sein Der war botten Da, jetzt ist er, da oben Siehst du ihn? Ach, verdammt, ey Ich hasse das Vorsicht auf SS Wir schacken Okay, der kommt wahrscheinlich auch Okay, der kommt wahrscheinlich auch Hm Jo, suboptimal Drake Drake Jo Ich bin da einfach auf dem Weg Ich muss unbedingt mehr schaden, weil Mach Schaden Ich mach nicht so viel Schaden Ich bin der G7 Da wollte ich Suraqa nie Da wollte ich Suraqa nie geschehen ist ich liebe das schon was ist alles die bauten na der ist der ist der Scherkel das Problem ist wenn der Krupp früh viele Kills kriegt dann bringt er doch im Weltkrieg was sonst nix so wie fast jeder Chem eigentlich aber Schicko geht doch dem sein Bild ist auch nicht teurer als das was ich bis jetzt hab ich bin mit Last Hips mordsmäßig hinterher ob es ist ich bin Baden ja auch beide waren da und der Kessler Pia die hat ihn beim Blue Buff geklaut was die waren da beim Blue Buff ja Kessler ist leider ein Blue Buff von mir ok Kessler ist unten ok top glaube ich ist nicht mehr so viel Spaß mal gucken ob ich sich der Blue Buff nicht irgendwie holen lässt zermatschen wir etwas da guck ich doch da einmal mit oh oh wir werden gegankt ich komm zwar weg kommt alle weg? nein unseres Worker wahrscheinlich nicht wir sind zu dritt hier wenn wir nicht greifen bin ich tot ja dann äh du könntest doch jemand mit den Tod nehmen ne ich halte den Tower hier versuch es jedenfalls ja krass ich komm grad dann ich komm dann grad mit in den Jungle ja ja ich hab nur sein Wetter gehört ja aber wir können dann trotzdem ein bisschen von der Jungle vielleicht kriegen wir ihn ja vielleicht kriegen wir ihn ja oder wir könnten uns wir könnten schauen dass wir Kartos kriegen ich komm auch mal mit ich komm auch mal mit dann lassen wir's so Cassie Pia ist wieder da ich bin kurz bei da ist äh Jace ja komm her zu mir ja es geht fast Zeit zu treu top SSS vorsicht top ist wieder da ich bin dran gleich ja gebraucht Hilfe die Dive in uns top SSS komme die Leute halt auch lowlife ich habe heute witzig ist mein Wetterfohl es ist Checko da oben dann kann ich in die Jack in die Box laufe du kannst hier den Wetterfunderen von uns holen wenn ich abkommst Kimo Ja, richtig, Soraka, aber eigentlich. Dann hole ich mich jetzt weg. Ich weiß nicht, welcher. Der mit dem Buff, der mit dem Buff, der andere, der andere. Der mit dem Buff. Ah, fail, ey. Sorry. Oh nein, fuck. Ja, das ist jetzt echt ein Fail gewesen. Ja, gut. Immer der mit dem Buff. Ja, richtig, Fail. Oh, ich bin schon dreimal gestorben. Käst du, Pia, schon wieder SS? Sag mal, gewinnen wir auch irgendwann mal? Äh, wir verlieren heute nur. Zermatschen wir etwas. Ich hasse Checkung. Ja, wenn du dir angriffen hättest, dann wäre ich... Ich habe es erst. Ja, egal. Ja, ich habe nicht geplant. Push-Top, rück mal ein bisschen, Matze. Ich wusste gar nicht, dass man den Buff erkennt. Ich habe gedacht, ich kriege vielleicht Kiseltina. Weg gehen. Wurde, ich darf halt auch nicht zu sehr Over-Extend, weil sonst macht mich Shaco platt. Alter, wie tanky ist der bitte? Wäre auch nicht weit gekommen. So, wie die Pilze. Ja. Der übrigens bald abläuft. Noch 30 Sekunden. Ja, ist nicht so schlimm. Jetzt kommt Kartus. Ja, Kartus ist unten. Ich muss nur kurz die Minions hier beim Web-Buff trainieren. Das wird hässlich. Hm. Irgendwas sagt mir, dass ich gleich gegankt werde. Oh, Shaco ist, Shaco ist hier bei mir. Also, mit Lane. Schlag den Schmerz weg. Und die treibt an. Ja, wir haben, der, der, der Silien war ein bisschen. Kannst du vier SSS, ich komme auch in die Mitte. Ich greifst jetzt auch an. Kartus kommt auch in die Mitte. Also, ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen, dass sie weg ist. Das ist der hässliche Scheiß. Sollen wir den Gang versuchen, oder? Dieser Silien, der hat wahrscheinlich seine Ulti ab und will, dass wir ihn töten. Ja, wir holen sich hier doch bestimmt gerade sein Blubuff. Oder? Nee, nee, nee. Nee, bloß ab. Dann mache ich wieder ein bisschen Drucktop. Ja. Ist wahrscheinlich Jungle. Oh Gott, ey, der, ich komme mit Rüssen mich immer, ey, das nervt mir irgendwie. Übelst. Das ist auch super, wenn Ulti da umgeht. Kessio ist auch da. Nee, ist er nicht da. Neeein. Dreck. Nice. Und? Nehmen wir uns auch noch. Next item. Macht sich ja los. Ja, ich habe... Ja, halt. Konnte ich nichts machen, ich hatte die Scheißbombe von Silvia noch drauf. Die Scheißbombe? Das ist eine Scheißbombe. Ich bin enttäuscht von dir. Ich wollte einen Pentacle sehen. Nur einen Triple. Ich mag dich auch. Was ist da jetzt hier, Nico? Äh, hier müsste ich mal sehen. Gehst du da hin, Nico? Ich habe kein Mittagessen gehabt. Gehst du da runter, Isis? Ja, ich gehe auch mit, äh, und gehe jetzt auch runter. Kann ich alles gleichzeitig machen, ja? Ich habe mich gerade echt gefragt, warum hat sich Cassie Pia da reingeflasht? Das weiß ich, in dem Moment habe ich einfach nur gedacht, wey, Doppelkill. Ich mach mal toppen, bisschen Druck. Nein, er überlebt halt einfach mit, was ich mit 4 AP. Oh, ein Flamer. Wer ist das, ein Idiot? Ich verstehe, vermute ich mal du. Ich bin dran. Ich hab's doch versucht. Was will er denn? No. Ei. Achso, wir haben hier einen Sadisten. Der hat sich ganz selber beleidigt. Ein Masochist. Ähm. Safe. Äh, du hast ihn getötet, achso. Ich bin nicht herzlos. Ich liebe das Schlagen. Ja, das ist noch nicht verlorenes Spiel. Aber gewonnen ist es auch noch nicht. Nee, das ist ja so. Okay, Chaco kommt hoch. Ja, kommen alle hoch. Ja, das heißt, wir können sie jetzt von hinten eigentlich in die Zange nehmen. Ja. Kommst du weg, Nati? Ich komm mal hoch. Achtung, die... Ja, ja, Jace. Ich würde mir mal in die Zange laufen. Das ist wahrscheinlich nur der... Ich weiß nicht, ob es der Klon ist. Wir holen uns Jace. Oh, oh. Ja. Surprise. Gift OP. Ja, komm. Durchaus. Ja, du hast die Inseln gekillt, okay. Ja. Auch nicht schlecht. Kann ich. Ich geh mal... Ich räum mal mein Tor frei. Ja, ja, ja. Da sind ein paar Leute, die kenn ich. Ich komm drum rum. Ich komm drum rum. Ich komm drum rum. Ich komm drum rum.